US-Präsident Joe Biden nahm am Donnerstag Stellung zu einem Bericht, in dem er als wohlmeinender älterer Mann, Zitat, mit schlechtem Gedächtnis, dargestellt wird. Als der 81-Jährige von einem Reporter darauf angesprochen wurde, reagierte er ungehalten. Dem Demokraten unterlaufen immer wieder Patzer, wie etwa Verwechslungen von Namen. So auch bei diesem Auftritt, als Biden den ägyptischen Präsidenten als dessen mexikanisches Pendant benannte. Der 81-Jährige war gerade dabei, den Raum zu verlassen, trottete dann aber plötzlich zurück und äußerte sich zum Nahostkonflikt. I'm of the view, as you know, that the conduct of the response in Gaza, in the Gaza Strip, has been over the top. I think that, as you know, initially the President of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Namens Verwechslungen wie diese werfen die Frage auf, ob der Demokrat noch für das Amt des US-Präsidenten fit genug ist. Gerade für seinen republikanischen Kontrahenten Donald Trump sind Aussetzer wie diese gefundenes Fressen. Dabei ist auch der 77-jährige Ex-Präsident nicht frei von Fehlern. Auch ihm unterlaufen immer wieder Patzer.